so herzlich willkommen zu ja einer special woche die special ist ohne dass sie special ist nee aber seit langer zeit mal wieder doom eternal ja das heißt so lautstecker einstellen sollte alles passen abgesehen natürlich von meiner ultra hohe frame rate meiner kamera was einfach daran liegt dass es gerade mal halb sieben ist und die menschen doch sehr dunkel ja soll uns aber nicht weiter stören gut ja dunkel mit 17 auf geht's da war ja was wir wollen ja gleich mal verfahren zum ganzen schossen ich sehe nichts aber das war doch einer oder das ist doch der weiner ja komm so, dann ist immer noch einer okay gut sieht soweit in Ordnung aus, gleich mal speichern nachdem wir quasi schon einen Großteil der Map abgeschlossen haben ja, okay so, dann machen wir hier ein bisschen Deckung ach, die Scheiße mein fucking Revenant, gleich am Anfang, na klaro die Map wird spaßig okay warum sind hier die Schalter? sind ja keine Schalter es soll einfach nur alles Grabsteine darstellen oder sowas sieht schon sehr verrückt aus okay, so sieht man ah lol, das ist von der Alpha Map das heißt, das Ding hier ist gar nicht Teil der Textur sondern das ist das, was wenn es dunkel ist, leuchtet weil wenn es alles leuchtet, sieht man es nämlich nicht äh, okay, warum macht man sowas? frag ich mich gerade kann man irgendwas drücken oder wie? hier sind wir also nicht sag mal ähm na gut, keine Ahnung äh warum tust du das? was ist los mit dir? was stimmt nicht mit dir? okay ähm achso, wer hat gerade so gespeichert? äh ist hier runter? ah okay das ist ein Schalter wo äh ah, okay okay zum Glück gibt es immer eine gewisse, eine gewisse Symmetrie, das heißt, wenn man da gegen da sieht, kann man davon ausgehen, dass die Gegner da auch so sind äh, ja Symmetrie ist quasi das A und O, da hinten ist ein Kakodemon schau mal einer an, komm mal her kommt die überhaupt drüber, oder? äh der kommt wahrscheinlich gar nicht drüber wo ist alles gerade? ach, der Kakodemon hat gefeuert ah, verstehe scheiße ja, und der nächste los, macht die Kakodemon fertig hm 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 wow wow alter, man, ich habe mich gerade abgelenkt weil ich gerade diesen Welvernent gefahrt habe sonst will ich denn die Welvernent? also, den tue ich keinen Welvernent, ne? nur fürs Protokoll gut, dann versuchen wir mal hier, ähm ähm okay, hier ist alles klar was für Hölle ich würde gerne diese Kakodemon loswerden da kommt schon wieder der schon wieder der Revernent okay, komm, ich versuche mal mich an den Kami mal ranzuschleichen ich weiß nicht, ob das funktioniert ja, hat funktioniert, geil nice 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 okay ähm soo, jetzt ist die Umfang von Revernent guck, wir haben die drauf ne, ne? moment aber, wie geht's überhaupt weiter? äh, ja, also scheltert sich? wer es halt da findet, darf ihn behalten okay ach, siehst du, ich hoffe, dass sich da was verändert ja, sicher also zumindest kamen Geräusche die Frage ist... uah, du scheiße oh, oh Mann, Alter, das war so klar ich muss erst über von den Laub gestanden ausschalten und dann alles andere alter alter es hat jetzt genau das was ich verhindern jetzt ist durch die wache verschwunden weil sie mich platz gemacht hier ja danke dafür und ich muss verschwenden hier so lief mit blauen türen kommen wir noch nicht rein oh okay Woa! Ach man, der hat immer geholfen. Wie ist er hier, Alter? Alter! Ah, schuld auf, Alter. Läuft so ein Kameraden in Ruhe. Kameradenschwein. So, hier brauchen wir was. Hier brauchen wir Waffen. Hier brauchen wir was Rotes. Goddammit. Hier ist eine Tür. Oh, das ist scheiße. Oh, das ist auch ein Kamerad. Und ein Auto-Shotgun. Haben wir schon eine? Ja, doch haben wir. Schade. So, hier ist auch eine rote Tür. Okay, das heißt wir müssen hier rein. Das sieht aber hart nach einer Falle aus hier. Ähm, was ist mit dem Boden los? Boden auf Drogen oder was? Okay. Ah, da ist auch noch eine Tür? Mist, ich wollte wieder die Kanonen. Egal. What the fuck? Nein! Ja, das war auch komplett die falsche Waffe dafür. Mann, ich wollte die Doppel-Gerfügel schon. Die wollte ich benutzen. Moment mal hoch. Was? Moment, Moment, warum? Hä, die war doch gerade innen oder nicht? Moment. Ah, Lollrock. Ist ja hässlich. Ist ja hässlich. Oh, ist das hässlich. Aber wie komme ich denn gerade eben drauf? Moment mal, kam ich von... So. Ah, okay. Okay, weil er bis weiter hier auf der Seite ist. Deswegen, wenn ich von hier komme, geht. Wenn ich von hier, muss ich so ranlaufen, dass ich hier scheinbar diese Falle auslöse. Ist aber auch eine nette Falle. Ernsthaft. Na gut. So. Da war ja was. Wieso treffe ich bei ihm nicht die Waffe? Also so, dass ich die Waffe abschieße? So, Junge. Du bleibst erstmal hier. Komm mal her. Wo bist denn du jetzt? Andere Mehl. Stillbleiben. So. Wie kriege ich ihn so, dass ich die Waffe schieße? Geht doch. Mein Güter. Manchmal klappt das komplett. Manchmal klappt das gar nicht. Ich denke immer so, ich muss, damit ich diese Waffe praktisch bekomme, so schießen, dass ich dann wieder so, also zwischen Brustkorb und Haltregion quasi. Aber mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht. Also irgendwie... Oh, müssen wir ändern. So, da kommt jetzt wieder Scheiß... Genau so wollte ich das. Perfekt. Gut, der hat mir jetzt ein bisschen geholfen. Danke dafür. Ähm... Was ist mit diesem Boden los? Ist ja eine bodenlose Frischheit. Oh... 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 Okay, das ist geil. Hier hinter... Was ist denn hinter? Hier so... Guckt euch mal das an, Alter. Wie geil ist das denn bitte? Was? Was ist das schon? Oh... Oh... Kacko-Diener. Und... Hältig für Wumster. Ach, das ist der Bereich, wo wir am Anfang waren. Da waren wir am Anfang. Oh... Will ich jetzt runter? Oh ja, ich bin runter. Oh... Was ist denn, was ich gleich runter möchte? Oh oh... Weg mit dir! Oh, Alter, wie der mich echt noch trifft hier. Ach, von hier! Ah, schon weiter an. So, gibt es hier noch eine Shotgun irgendwo? Gut. Und aufpassen, dass wir hier nicht wieder irgendwelche Munition aufsammeln. So, jetzt haben wir jetzt eine gelbe Karte. Mit der gelben Karte kommen wir doch unten rein. Bzw. Irgendwo jetzt an der Hand können wir nicht, weil wir hier gar nicht drauf kommen. Momentchen mal. Können wir... Ach du... Ach du... Ach du... Da, wo wir vorhin geguckt haben, wo es so aussehen wie, ne? Kann ich so schießen, ohne mich selbst zu verletzen? Ach, der kommt ja rüber! Beruhig dich mal! Schieß nochmal! Ah, Schluss! Okay... Ähm... Wir werden hart sterben, Alter. So, auf jeden Fall ist hier die gelbe Tür. Ach so, hier sind beide gelbe Türen. Hä? Ah, lol! Was ist hier da? Warum? Alter! Das ist schon wieder so eine Map, wo man sich so denkt, lecken... Wo kommt die denn schon wieder her? Da haben wir spawnen die ja andauernd irgendwo hin. In irgendwelchen Gängen, oder was? Ah ne, der kommt mal von hier. Wo ist der schon wieder? Ah, das habe ich irgendwann im Schalter aktiviert... Oh! Ah, lol! Das ist aber lieb! Ähm, komm ich jetzt wieder raus? Da? Nein, ich muss da rauf! Ah, genau! So, jetzt habe ich hier nochmal... Raketen, die ich brauche. So, hier muss ich lang! Oh, was ist das? Oh, was ist das? Thanks! So, hier geht es jetzt weiter. Das ist der blaue Schlüssel, oder der blaue Skullp. Skurr! Da oben ist sowas. Ach! Megasphere. So, das sieht mir ganz schön heiß aus. Ähm... Wollt ihr mich ruinieren? Alter, nee, 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 nee. Erstens kriegt man hier Schmerzen, zweitens kriegt man da noch mehr Schmerzen. Skurr! Ha! Easy! Ich sollte doch mal was von dieser Munition hier einsetzen, ne? Ich habe davon so viel mittlerweile. Die liegt überall immer nur noch rum, weil ich nur mal einsammle, aber nicht benutze. Weil ich mir die eigentlich immer für starke Gegner aufheben möchte, und ja. Dann sterbe ich letztendlich immer, ohne sie eins zu setzen. Was? Achso, hallo. So, hier geht es nicht weiter. Ähm, wir haben jetzt aber den blauen Key. Die mit dem blauen Key kommen wir... Da weiter. Okay. Dann, äh, tun wir das nochmal. Ja? Oh, meine. Das Problem ist hier drin, kann man natürlich auch eher schlecht ausweichen, ne? Ja. So. Kommen wir gerade von rechts oder von links? Von rechts. Ach du Kacke. Nein. Geh hoch bitte. Ja. Wow, perfekt. Echt, echt perfekt. Wow. Meine Fresse. Was ist das für ein Dreckchen mit diesem Scheiß Ding? Okay. Wow. Okay, okay. Oh, okay. Ich hoffe jetzt. Jetzt, jetzt mal. Jetzt mal hier Klartakt, ne? Krise. Krieg ne Krise. Ich krieg ne Krise. Diese Scheiß Munition. Warum muss ja direkt hier beim Ausgang liegen. Da geht es echt eins. Und das ist noch gleichzeitig. Oh, schon wieder runter. Mann. Nee, komm. Verpüß dich hier. Komm runter. Das ist geburt. Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Also jetzt mal. No joke. Komm, fick dich halt. Oh. Oh. Ein Dreck ist das, Alter. So. Ähm. Komm weiter mit. Ich liebe es, von dir zu verschwenden, Alter. Äh. Wow. Okay. Boah, Alter. Meine Schießkünste gehen ja gerade gegen den Griff gegen Null. Oh, du bist tot. Danke dafür. Boah. Was ist das? Oh. Ne Spinne. Äh. Da hilft dir am besten. Na komm her. Komm an, Mädel. Ja wow. Echt. 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 Intelligent hoch. Ähm. Tollig. So. Soll es hier nicht so hart rumlaufen, weil ich gefalle hoffe, dass ich hier in irgendwelchen sichtbereichen für die gegner lande so dass der rote guckt ob sie noch welche überraschungen gibt zum beispiel dass ich gar nicht draufkomme ja ach so ich muss jetzt hier kann ich den auch erreichen ohne gleich die schrott finden muss zusammen ich kann mich jetzt hier auf machen wahrscheinlich nicht nein aber diese verschwindungen okay what the fuck we are fucked Hier auch noch einen? Natürlich! Warum auch nicht? Okay, das sieht da aus wie so die Dinge, die runtergehen. Gehen sie auch, sehr schön. Hallo! E-Bims, ein Berliner. So, was gibt's hier? Oh, sehr schön. Okay, damit hätten wir jetzt, welchen haben wir gerade bekommen, den roten oder den blauen? Den roten, oder? La-la-la, pick up shit, la-la-la, shotgun chest... Red. Okay. Den roten Key haben wir gerade bekommen. Das heißt, wir müssen aufhören, wo was rotes ist. Ach ja! Ich weiß schon, wo. Okay, überall. Da und da hinten. So, the question. Jetzt kommen wir da unten rein, um die Typen zu befreien, bevor die Hölle losbricht. Aber ich geh erstmal hier rein. Okay, ich dachte, die war nicht so, wie sie ging auf uns, aber ist doch eher friedlich. Ach so, der kommt nicht raus. Aber wie könnte ich das Ding aufsammeln? Ist ja nice, hier. Wo bin ich jetzt schon wieder? Ach so. Ne, so kommt man nicht rein. Der hat uns auch... Er hat uns also gerade mit den Raketen direkt so weit reingedrückt, dass wir das Ding erreicht haben. Ja. Ist ja auch mal nice. So, the question is, wie aktiviert... Wie komme ich hier runter, ohne ihn dabei zu aktivieren, oder? Momentchen mal, muss ich in die Richtung schießen? Ja, dann ist das ein Schalter. Ah, okay. Okay, noch ist er nicht raus. Auch noch nicht. Hä? Ach... Wow, man kann ja einfach so... Boah, Alter. Ey, Ronny, guck mal die Augen auf. Hier ist überall Gitter. Aber hier ist gar kein Gitter. Hier kann ich einfach runtergehen. Oh. Das ist jetzt so optimal. Ja, das ist eher so optimal. Holy fuck. Okay, ich kann mich hinter diesen Dingern verstecken. Das heißt... Okay, ich kann mich hinter diesen Dingern verstecken. Das heißt... Das wird ein Horror-Core hier. Aber es funktioniert. Ach, der kann sich gar nicht bewegen. Das ist aber ganz toll. Okay, das war heftig, aber... Das war heftig, aber es hat funktioniert. Sehr schön. So, Rakete kriegen wir auch wieder alle zurück. Wo ist das gelandet? Wow. Ja, jetzt bringt das auch nichts mehr. Oh, Grafikfehler. Ja. Nice. WTF? Okay, jetzt bringt mir doch was. Führer-Niveau! Ja, das war von Trigen. Ist das jetzt einfach schon direktes Ziel, oder? Ja, das ist direktes Ziel. Okay. Das heißt, dann versuchen wir vorher zu wissen, nochmal hier diese komische Megasphäre da einzusammeln. Auch wenn ich grad absolut keinen Plan habe, wie wir da rankommen sollen. Bzw. wir können auch mal das Ding einsammeln. Danke dafür. Ähm. Ja, doch, hier kommen wir raus. Äh, Megasphäre. Wo war die überhaupt? Da hinten war die irgendwo. Das heißt, wir müssen hier lang und... Ah ne! Hier war der andere Eingang. Wir müssen auf die andere Seite. Ich glaub, das heißt... Einmal so... Und dann genau. So, und jetzt müssen wir auf die hoch... Komm, die Frage ist... Wird da hoch. Wird da hoch. Wird da hoch. Finde ich? Oh, jetzt ist das Ding, wo man sich wieder aufnehmen kann. Okay, ihr auch nicht? Hm, dann gibt es natürlich noch die zweiten... Hier wäre definitiv zu verrückt. Wobei, Sequels sind ja gerne mal verrückt, von daher kann es super schock sein. Ach, da waren auch noch Raketen, da war ja was. Ich weiß nicht, wie viele Raketen. Boah, Alter, wo ist denn... Wie kommt man denn bitte schön zu diesen komischen Mega-Sphere-Dings? Da muss doch irgendwas geben, was sich gerade meine Intelligenz entzieht. Was ich hier schon mal nicht? Äh... Wird so einfach gewesen? Also am sinnvollsten jetzt von der Design-Technischen Entscheidung her würde ich jetzt mal sagen, Und dann sind die dritte Kulturen hier vom Ende. nur hier ist nichts mann ich will doch muss die Migas 4 haben das ist eine Pflanzmannwaffe, schau mal an haben wir schon da muss doch irgendwo einen Weg geben oder rein na gut, ganz ehrlich bevor wir noch viel weiter suchen die ganze Zeit sollten wir uns einfach dabei belassen dass wir am Arsch sind wir könnten jetzt noch die ganzen Wände abschießen in der Hoffnung, dass vielleicht sowas kommt aber die Sache ist dahinter dahinter ist ja so ein weißer Kreis das heißt dahinter ist definitiv auch noch ein Raum wir können ja mal gucken wo denn der ist noch ganz groß herum lol ok war das etwas was wir sehen ja doch, da war noch so ein weißer Strich wow, alter ist das unfair guckt euch mal das bitte an, alter wenn man weiß, wonach man suchen muss schaut mal hier ne, halt, wo denn jetzt überhaupt da hier sind zwei weiße Striche obwohl bei den anderen immer ein weißer und ein schwarzer Strich ist aber ganz ehrlich, alter wer soll das auch so bekommen vor allem kommst du auch nicht rein also entweder musst du wieder schießen oder so ja, musst du schießen auch natürlich noch ein Arsch, weil einfach wo man es kann hallo oh, alter ist die los äh was geht hier grad ab, alter Stich woher blipp woher 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 er woher was Achso, hier ist gar nichts. Loll! Alter, jetzt war ja mal wieder eine Aktion hier, da kriegst du ja echt hier, kriegst du ja... Aber es sollen immer noch vier Gegner! Es muss also noch irgendwo was geben. Hallo, ja. So, was brauchen wir? Wir haben jetzt hoffenweise Shells verbraten. Mittlerweile aber wahrscheinlich auch alle, die es hier in der Map gibt, da wir immer alles umsonst eingesammelt haben, mitgenommen. Von daher weiß ich jetzt nicht, wo hier noch welche rumliegen sollten. Gerade Spruchstunden-Moniton ist aber relativ gut. Sieht, hier oben war ja noch was. Jaaaa, roll, sehr schön. Okay. Ab und ziehen. Halt! Da mal. So, das war's dann damit. Dann sehen wir uns in der nächsten Map wieder. Halleluja. Ja. Oh Mann, ey. So mit Fallen. So mit Fallen. Ja. So mit Fallen.